Was ist denn da? Hä, warum? Hä? Der ist immer noch eins offen? Wieso? Wutschatten? Okay, das ist mit dem Ding. Und da fehlt? Okay, klappt das nur, wenn der draußen ist. Aber... Wow! Wieso? Wo ist dieses andere Ding? Hier oder was? Hier ist eine Frage zum Beispiel. Wie oft willst du denn noch da draufdrücken? Da ist das. Hier? Ach. Ja. Das hier. Hä? Nee. Wir sind zu weit jetzt. Aber nach da kannst du ja kaum laufen. Ja, hier ist aber... Nein, hinten. Genau hier ist das. Was ist denn da hinten das? Was? So, das ist das nur los. Also hier ist noch kein Kreis versteckt. Da waren wir doch überall. Da! Ein Fragezeichen! Was ist denn da hinten? Ja. Sehr merkwürdig. Was ist denn da hinten? Na ja, ich geh wieder da unten hin. Warte, bis ich mit rosa kommt. Oh! Oh! Wenn ich schmeiß will. Wenn ich schmeiß will. Hä, die ist doch kaputt. Wir brauchen drei Stück mehr. Oh! Los zum nächsten Insel. Alter, wieder in die falsche Richtung, ey. Wie ist das? Krasse. Juhu! So, das geht dann da rüber. Ah! Ah, da will ich aber nachher hin. Ich muss erstmal hier die rufloser. Loser. Hä, was ist das denn da? Luigi in Böse. Oha! Alter! Was ist denn, du Hopfen? Wo ist er hin? Komm, wieder hab ich die ganze Arbeit hier gemacht, ey. Oha! Ach, das war der Wutschatten am Strand. Wo ist denn hier? So, das haben wir. Äh, aber hier war doch noch dieses Ding. Wo wir aufmachen könnten. Wo war das hier? Mann, ich hab hier keine Orientierung. Wo war denn das? War doch hier irgendwas oder nicht. Was ist denn da? Da. Nur warten bis er kommt. Äh, falls der überhaupt kommt hier in diesem... ...Dinge, weil ich den jetzt besiegt hab. Was meinst du? Ich weiß nicht, ob der kommt. Hä? Ich weiß nicht, ob der überhaupt kommt. Erneut. Dann warten wir hier. Er kommt! Okay. Einhalten! Hm. Lange genug bewartet. Jetzt kann's losgehen, jetzt kann's losgehen! Einmal hier gegengeschieß, bitte! Und hol den Controller daran, wenn das vibriert. Und dann zu... ...beschäftigt mit meiner anderen Arbeit. Ja, drei Arbeiten. Ja, drei Arbeiten. Und hier kommt... ...Zino und dann noch was. Jetzt kann's losgehen. Hallo Vater! Ein Snicken! So, dann warten wir mal hier. Ja! Oh! Hä? Oh, hat er das nicht zerstört? Ja, toll! Ich bin großartig. Wer ist das zu tun? Kommt mir das nur vor oder hat er eine viel... längere... Ball... Hat er einen viel längeren Balken? Klar, ist der, hat der jetzt mehr Energie. keine ahnung warum die noch gehen müssen wir wohl weiter wie viel haben wir wir müssen eine aufgabe so so es ist noch ein noch eine hier ist der eingang ich glaube ich hier Hä? Kommen ja immer wieder neue dazu. Hä? Das Spiel ist aus Katzen-Kamix. Was für Katzen-Kamix? Oh, die Mokobot. GIGA-Glocke! Komm zu GIGA-Glocke und sie überfallen. Und jetzt sollten wir doch alle haben. Nee, kann... Ach so, dann ist das erst fertig, wenn die Fahne auskommt. Mhm. So, was ist aber jetzt, äh... So. Das ist jetzt clear. Kannst du mal! Ich wollte was prüfen. Da, da hinten. Ja, war doch irgendwo mal so ein Fragezeichen. Wollte da mal was testen. Da. Mach mal dieses... Mit dem... Untouch-Teil. Ach, da. Muss ich dafür drücken? Hä? Kann ich das machen? Oha! Ich kann mal! Krass, da kommen Flöcken und so raus. Okay. Was wir aber brauchen... Da unten wieder. Nessie! Nessie heißt? Nessie heißt? Das ist schon wieder heiß. So, und dann... Wieder da in die Richtung. Was? Hier. Ey, guck mal, da sind... Ach, ne, da waren wir schon. Aber da oben? Ey, du! Lass guck mal! 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 Ich geh hier zum Katzenkäfig. Ah, hier muss man... Katzenkäfig sein. Oh, nein! Zur Gigaklocke! Wui! Warte mal. Zur Gigaklocke! Schnell! Ach! Ach! Zur Gigaklocke! Wo ist sie denn? Nach hinten! Äh, da! Wui! Schnell auf, Nessie! Schnell! Zack, 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 zack! Woo! Äh, gehst mal da runter. Hilfe! Ey, was ist denn da unten? Schwarze Katze. Da kommt bestimmt auch wieder was raus. Da sind noch mehr schwarze Katzen. Dann werden die verwandelt. Lass mal her. Ladebildschirm. Also die Lilla des Heikens könnten ruhig verkürzt werden. Mhm. Boah, was ist das? Kann ich mich wieder groß machen? Alter, wo ist er denn? Hä? Hallo? Der hat dich eingekreist. Ich muss ihn erst mal sehen. Alter, ja ist klar. Kannst du... Wer dreht denn hier den Bildschirm schon wieder? Nicht ich, du. So, und jetzt. Ja. Ich bin zufrieden. Was machst du denn? Ey, das ist nicht so einfach. Ja, aber selbst ich kann los. Alter, dieser blöd Mann ey. Äh, jedes Mal kommt dieses blöde Teil auf den Strand. Ja, das klingelt gar nicht. Ich bin zufrieden. Äh, der Sorte. Ja, danke. Ja, danke. Nehmen wir einfach mal 50 Münze. Oh, und dann muss ich noch mal machen. Oh, brauchen wir nicht überspringen. Ähm. Ähm. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Äh. Äh. Jopp. Ich hab immer noch. Äh. Wuh. 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 Aaaaaah. Loh. ja ja hängt doch nicht da fest ja toll die kamera dreht sich einfach zu langsam ja genau ich hoffe das kann man irgendwo einstellen das ist einfach zu langsam die kamera drehung alter warum dreht sich das einfach und dann noch im turbo modus auf einmal du machst das bestimmt ich mach gar nichts du kommst mit deinem ding ins daumen gegen den ding ins controller da unten gegen den stick so wenn du hier mit dem daumen da so gegenkommst fest ich konnte nicht ver- teste mal gleich wenn wir wieder aus dem dämen sind guck ich spiel so ja warte mal ja 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 das ist wirklich besser oder muss ich das speicher Boah, ich mach mal erst hoch. Oh mein Gott. Immer noch zu langsam. Oh nein! Nein! Hey, ich bewege mich nicht mehr. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. So, ist das schon besser. Jetzt kann ich auch mal. Zügiger. So, jetzt lass uns. Es ist nur das hier da. Der Schlüssel zum Katzenkäfig. Ah. Und der ist... Da ist ein Käfig. Jawohl! So. So. Wiii! Komm einfach hoch. Wiii! Oh! So. 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 So! So. 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 Oh, da. Da unten. Hab es! So, und jetzt zur neuen Insel. Jetzt zur neuen Insel. So, jetzt haben wir endlich alles clear. Ich muss die Katzen sehen. Okay, komm. Let's go! Ne, gibt kein Let's go. Jetzt ist Ende des Videos. Denn dann geht's zur nächsten Welt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.